Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Game of Thrones Telltale. Wir sind Mira und haben wieder mal was brisantes vor. Oder eher riskantes. Wer ist denn Thomas? Oh. Sie hat doch angebundelt mit ihrem, den sie haben will. Aber Sarah guckt uns nicht sehr glücklich an. Ich weiß, dass ich nicht zu Hause bin. Aber dann wissen Sie, Lady Marjorie, die nicht zu sehen. Was könnte so wichtig sein? Ich muss mit Lord's Morgren und Andros sprechen sprechen. Eine von ihnen könnte arbeiten gegen meine Familie. Was machen? Wenn ich das hätte, würde ich nicht hier sein sein. Lady Marjorie wäre furchtbar, Mira. Ich kann nicht. Ich bin sorry. I want to help you. Please, Sarah. I don't know. For me. Fine. Yes. Just stop making that face already. Yes. Emotionale Manipulation. Unser Ding. Was für eine Scheiße. Ich kenne dein schlimmstes Geheimnis. Ich kann dein ganzes Leben zerstören. Was, was, also. Es hat sich jetzt aber auch in Luft aufgelöst, der Verdacht von dieser einen Wache gegen sie hier, ne? Ist ja jetzt Zeit vergangen und. So, wichtig ist erstmal, wir müssen Lady Marjorie ausweichen. Also Hechtsprung ins Gebüsch. Also hat die Marjorie einen neuen Mann gefunden? Oder wer ist dieser Tommen? Wer ist das? Oh. I was worried you'd run off with your friend there. No. And what if I did? I'm not sure I could blame you. This is Lady Mira Forrester. Mira. Lord Garibald Tarwick. She's quite lovely. Oh. Where have you been hiding her? You're making her blush. Sorry, Mira. You flatter me. Sarah's lovelier than us all. I won't argue there. It's quite a feast, isn't it? Just be careful around the wine. Was? Nee, den Sauch war immer nur heimlich. I gave you partial to a particular Arbor Red. It's easy to forget. Nothing you do in King's Landing goes unnoticed. Alter, hat der uns quasi gerade gesagt, dass auch er weiß, dass wir Weinen gesoffen haben? Oh, Lord Tarwick. Was labert der? Und wie reagiert denn der auf andere Leute? Das ist ja auch alles peinlich. Oh. Ich hör für mich jetzt in den Wein. Vor allem, wie steht denn der da jetzt für so ein Männchen? Nee, warte mal, wie belauschen die? Nee, warte mal. Es ist viel, aber ich weiß, wie zu spenden. Aber wie geht es dir? Lord Whitehill vertraut mich über alle anderen. Das ist warum ich der einzige, er willig zu arbeiten. Oh, ein Exklusiv deal. Wie gut für dich, Andros. Well, ich habe meine Familie zu beschäftigen. Okay, die machen hier nur Pallava. Wir gehen mal zu den anderen. Und lauschen bei den anderen ein bisschen rum. Die können wir auch belauschen, aha. Wen können wir denn hier alles belauschen? Was ist denn da los? Warte mal, wir belauschen mal die Beben. Okay, die überreden wir über einen Witz. Oho. Interessant. So, wo können wir noch lauschen? Ich glaube, wir lauschen doch nochmal. Wir sprechen, ich spreche doch nicht mit denen. Wir sprechen mal mit ihm. Wieso? Nee, nee. Nicht Kingsland ist irgendwie auf sie abfärbend. Die ist einfach eine Forrester. Die kommt nach ihrer Mutter. Die kann alles manipulieren. Kein Problem. Ja, das ist es. Warmblust. 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 Was warmblust. Oh. Ein Lannister? Lyman. He may only be a third cousin. But he's a Lannister all the same. Rickard! Are you done flirting with that handmaiden? We need your opinion here. Oh, leave him alone. Please excuse me. Interessant. Und jetzt wämmsen wir uns an denen ran. Ich verstehe ehrlich gesagt die ganzen Sachen nicht so richtig. Aber das ist ja nichts Neues, dass ich nichts verstehe. Ich weiß nicht, ob ich dem trauen kann. Ehrlich gesagt. Ja gut, das interessiert mich nicht. Mich wird er wahrscheinlich nicht heiraten wollen. Wir könnten auch was essen, aber das machen wir besser nicht. Wir gehen stattdessen mal hier hinten hin. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen irgendwen belauschen. mhm. Okay, der ist quasi mit unser Feind, ne? Der ist ein Lannister. Der hat aber auch ne ungesunde Aura. Aber... Alter, der ist ja eine Algie. Was stimmt denn mit ihm nicht? Ähm. Ähm. Ich hätte das dritte nehmen sollen. Fuck. Ich hätte das dritte nehmen sollen. Fuck. Ich habe das dritte nehmen. Ich habe mich auch gehört. Ich bin nicht gemütlich. Nein. Ich habe dich so viel zu tun. Ja. Ich habe dich davon besprochen. Ich habe es nur zu sagen. Ich habe mich ein? Ich habe es nicht zu tun. Ich habe mich nichts zu tun. Das schickt sich aber nicht. Oh nein! Fuck! Schnell! In Deckung! Spring in das Käsebuffet! Schnell! Schnell! Versteck dich! Versteck dich! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Als ob die uns von hinten nicht erkennt! Oh, Sarah, du Gute! Ich denke, die ist die Königin! Jetzt plötzlich doch nur... Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Also die war Königin, dann ist aber ihr Mann sofort gestorben. Jetzt ist sie nicht mehr Königin, jetzt brauchst du einen neuen Gemahl, weil sie keine Königin sein darf, oder wie? Ach, ich kapisse mich. Ja, verpiss dich. Oh, wo können sie verwahrten? Ich lüge den einfach an. Fertig. Ja, dann gibt es jetzt Neues. Das scheiße gerne. Also Sarah ist ja unsere Freundin und die hilft uns auch. Das heißt, wir helfen ihr jetzt. Ich lüge. Diplomative Frauen müssen zusammenhalten. Ich lüge sie gedruckt. Ich lüge sie, als ich in Highgarden war. Oh? Es gibt ein kleines Haus, die heute sind sehr gut geschah. Sehr gut. Ah, richtig. Gut, das ist ein Relief. Für einen Moment dachte ich... Es wäre alles so schön und süß, dass die so zusammenhalten, wenn es nicht einfach nur jetzt wäre, damit er mir die Informationen gibt, die ich von ihm haben will. Ne, aber warum nicht? Mira kann ruhig ein bisschen dreckig lügen. Die kommt nach ihrer Mutter. Obwohl die Mutter ja nicht richtig lügt, sondern eher provoziert und lehnt. Jetzt ist er ein Süchtiger. Ja. Mhm. Oh, schüttelt er. Oh, schüttelt er. Nein. Ist das nicht so schön. Ja, Lottawik. Ich sag mal, wir liegen ja eh schon mit allen irgendwie im Streit und sind eh schon am Arsch. Und meine Katze sitzt jetzt vor mir. Jo, süßes Kätzchen. Ähm, da können wir auch, ob wir da eh mehr oder weniger anlügen, ist eh scheißegal. Wir fliegen eh beim nächsten Mal vom Hof, also ist doch egal, Mensch. So, dann gucken wir mal die Lautenspieler an. Wunderschön. Gucken wir mal die Leute hier an. Wunderschön. Na, ich weiß nicht, ob wir nochmal mit dem reden sollten. Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht sicher. Wir gucken uns mal das Essen an. Hm. Okay, das war nicht so wunderschön, also esse ich da nichts. Kann ich hier wieder? Oh. Ich kann die belauschen. Ich weiß nicht, Sarah. Es ist natürlich auch für dich. Ich habe nur, dass du darüber nachdenkst. Ich habe nur, dass du darüber nachdenkst. Mirrah hat sich selbst eine unverlässige Handmaid zu sein. Und am besten. Sie hat mit Lord Tyrion mit mir vorhanden. Oh. Mirrah würde dich nichts tun, um dich zu verhören, Lady Marjorie. Ich weiß, dass sie sich für uns interessiert. Ich weiß, dass sie sich für uns interessiert. Ich weiß, dass sie sich für uns interessiert. Woher weiß sie das? Nein. Okay, wir stecken die Pläne mal ab, dass wir auf jeden Fall Team Sarah bleiben. Die scheint doch nicht so falsch zu sein oder so, wie ich am Anfang dachte. Die hatte halt nur so einen falschen Blick drauf. Aber hey, das passiert jedem mal. Niemand kann was für sein Gesicht. Wir sprechen mal mit Lyman, obwohl wir es ja nicht sollen. Können wir den abbrechen, weil wir das wissen? Meine Katze hat sich jetzt hier kündigt. Was auf holen. Was hat gesagt. Alter, die wird jetzt auch ein Miststück, ne? Opa. Ja, ich bin die Netteste. Ja, dann warn mich mal. Oha. Er darf uns nicht sehen. Tötet er den jetzt? Das finde ich so lustig. Oh, shit. Oh, fuck. Ich glaube, jetzt haben wir uns noch mehr Feinde gemacht. Obwohl, der konnte uns vorher nicht leiden. Oh, Gottchen. Alter, Mira. Oh, mein Gott. Alter, die ist ja die Beste von allen. Und jetzt beginnt der Walk durch die Leute ohne anzuhalten. Wie ein echter Gangster. Für nur, dass hinter ihr was explodiert und sie sich nicht umdreht oder so. Oh, mein Gott. Das ist so geil. Alter, hoffentlich stirbt Mira nicht, weil ich das so lenke. Am Ende wird die Hände hingerichtet von Lady Marjorie. So, Garrett. Mittel. Potter. Let's see that map again. So, you're asking now, are you? Surprised you haven't taken it from my pocket already. How much food we got left? Here we are. Carried. Irgendwie weiß ich nicht, der ist... Aha, ein Bär. Der Typ ist irgendwie doch verdächtig. Das ist ein Hinterhalt. Ah, shit. Kennen die dich nicht? Das heißt, wir lassen ihn jetzt sterben wahrscheinlich. Das ist ein Bär, das ist ein Bär. Wir bleiben versteckt, er wollte es ja so. Ach, dem geht es doch super. Was ist das? Oh man. Ähm. Die sieht mich nie. Ach, nö. Ach, scheiße. Ich wusste jetzt nicht, was das bedeutet, wenn ich da hinklicke oder da hinklicke, ehrlich gesagt. Ich wusste es nicht. Ja, weiß ich nicht. Ach, nö. Ach, nö. Oh. Oh, nee. Aua. Was hat sie von dem Typen gelernt? Von dem Reulen? Oh. 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 Oh, fuck. Ja, hoch. Da müssen wir nochmal ansetzen, Leute. Oh. Oh. Nochmal runtergeduckt. Oh. Fuck, 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 fuck. Oh. Fuck, 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 fuck. Und eh. Oh, shit. Oh, shit. Oh. 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 Ah. Oh, mein was ist ja mit der Idee? Oh, ich lasse. Oh, sie, ich lasse. Ja, hast du noch was versteckt im Gürtel? Oh, Mann. Nee, das lief ja richtig gut, Cotta. Was für eine Scheiße. Zieh mal deinen Mantel wieder an, Garrett. Den hast du da irgendwo hingeschmissen. Und nehmt doch ein paar Waffen mit von denen. Und währenddessen sitzen wir wieder in unserem Rabenhorst oben. Und gucken, was wir machen. So, Talia, bist du jetzt glücklich? Ich bin weiß wie eine Kalkwand. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Was, wenn er hört, wenn er ein Spie hat? Er will nicht wissen, nicht bis wir ihn wollen. Die Gäste sind geblendet und jeder Raven in der Rökerie ist tot. Och. Die Amra haben. Ja, das war ein Spiegel. Das war ein Spiegel von Highpoint. Lord Whitehill invites you to discuss a truce. Er will uns zu machen. Als ob wir so naïve sind. Richtig, genau das ist es nämlich. Mutter, da hast du mal was Richtiges. Ja. So, ein guter Deal. Ich finde es lustig, dass beide Berater gerade sehr besorgt geguckt haben. Ach geil. Ach geil. Ja, das könnte eine Falle sein. Scheiße. Das könnte halt auch einfach eine Falle sein. Vor allen Dingen wissen wir ja von Mira, dass der Whitehill eine Armee sammelt, um uns zu vernichten. Das heißt, es ist beides eine Falle. Also es ist in beiden Richtungen eine Falle. Wieso kriege ich hier nicht Option 3, wo ich sagen kann, Hälfte, Hälfte. Wir nehmen einen Teil mit und wir lassen die andere Hälfte hier. Scheiße. 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 Aber ich glaube, als guter Herrscher, äh... ...sollen die unser Zuhause bewachen. Glenmores will ensure it stays that way. Let Arthur know at once. Yes, my lord. Ich will starte mit den Preparations. Ich glaube, dass eine von ihnen ein bisschen spien für die Whitehills ist. Ich glaube, dass ein von ihnen ein bisschen spien für die Whitehills ist. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass sie ein bisschen spien sind. Aber wenn wir gehen nach einem starken Hälfte, dann vielleicht besser gehen Sie bei Sir Roiland. Es ist eine Beziehung, nicht eine Beziehung. Wie können sie uns nicht beschädigen? Ich habe diese Leute mein ganzes Leben kennenzulernen. Duncan ist mein Sentinel. Er kommt nach Highpoint. Roiland kann hier sein und behalten Ayn Rand. Sehr gut. Scheiße, ich hätte sagen sollen, sie soll sich im Heinen verstecken Stimmt, wir haben jetzt eine kleine Detektivin Ja und Modern, was machst du? Wäsche waschen oder was? Hä? Ne, Modern steht immer nur konspirativ herum, provoziert Leute, heizt richtig schön die Situation an und sagt dann hinterher Was hast du getan? Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so feiert wie ich, aber die Mutter ist die Beste Hättest du das nicht mal sagen können, bevor wir überlegt haben, wie wir vorgehen? Ja, das lief so richtig gut Und es geht weiter mit Usher, allerdings sehen wir das erst im nächsten Part Oh mein Gott, wieder so viel erlebt, so viel gesehen Dankeschön fürs Zuschauen ihr Lieben und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss